Das ist Tim. Er ist ausgebildeter Hobby-Urlauber. Hey, hallo. Hey, hier drüben. Psst. Kleiden wir dich doch erstmal ein. Ah na komm. So schlecht sieht's auch nicht aus. So, wo können wir dich denn hinschicken? Wie wäre es denn mit Finnland? Naja, nicht wirklich. Dafür sind wir denn doch falsch angezogen. Bulgarien ist da besser. Ja, du freust dich auf diesen Urlaub. Hast lange gespart, kann ja nix mehr schief gehen. Also, wenn du zumindest die Sprache könntest. Kyrillische Buchstaben lesen ist eine Sache, die aber noch richtig auszusprechen und zu wissen, was du sagen kannst, keine Chance. Ja, komm nun, guck doch nicht so. Ich hab da was für dich. In deiner Tasche. Hinten rechts. Dieser kleine Pass löst all deine Probleme. Die wichtigsten Sätze in allen EU-Sprachen auf 46 Seiten. Warst du immer noch skeptisch? Pass auf, ich beweist es dir. Hallo. 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 Ja, das geht gut. Bosni? Bosni. Bist du nicht verarscht? Möge, tap kossisch, te na trinca kabe? Wie ist das Dias? Wie ist das Dias? Wie ist das Dias? Das ist riesig, sexy. Sehr cool. Ich möchte keinen Kaffee. Ist es richtig? Ja. Du bist sexy. Was ist das für eine Scheiße? Was machst du? Komm, geh mal ab hier. Verpiss dich, du Spassi. Temp. Quatsch. Ich will dich. Nein, ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht. Ah, wei. Du bist schon hier, wei. Und, konnte ich dich überzeugen? Na los, was willst du unseren Zuschauern mitteilen? Las tetas. Äh, yeah. Ja. 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 Ja.